Oh scheiße, guck mal was wir gefunden haben. Hier vorne ist eine Vollfettfütze und da hinten auch. Das heißt, wir müssen gleich die Schuhe ausziehen und barfuß darüber laufen, jetzt im Februar. Das wird gleich so richtig geil sein, barfuß darüber zu laufen. Was machen denn Menschen zum Beispiel, die keine Füße haben oder keine Beine? Die könnten jetzt nicht barfuß darüber gehen. Das ist voll kühl. Jetzt werde ich Füße nackt gemacht. Das ist voll das kalte Wasser. Dieser ganze Haus hier vorne ist total überflutet, er steht unter Wasser. Und hier vorne ist schon wieder so eine Vollfettfütze, wo man barfuß rüber laufen muss. So, geschafft. Wir haben diese Vollfettfütze, die da vorne uns belästigt hat, überquert. Jetzt können die nackten Füße wieder angezogen werden. Und wir sind sehr gespannt drauf, ob wir später da hinten noch mehr so eine Vollfettfütze treffen, die wir überqueren müssen. Wir sind Gewässerbrüder. Wasser ist voll geil. Wasser ist voll geil.